Musik Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmchen heute mit dem Orakel Heidenheim gegen die Bayern. Äh, ja, also ich hoffe auf ein Sieg von den Bayern. Also ich schätze mal ein 0 zu 2. Äh, ja, ich bin mal gespannt was das Spiel sagt. Äh, ich überspringe das mal hier. Ja, äh, heute kam schon mal ein Orakel und zwar HSV gegen FCK. Falls ihr das schon gesehen habt, dann ist okay. Wenn ihr nicht, dann schaut es euch an, kommentiert und... Wäre schon beinahe die Chance gewesen für Bayern. So, Heidenheim tut sich eigentlich recht gut in der Liga. Oh! Schade. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die direkt wieder absteigen, aber irgendwie... Heiden die sich, äh, so in der Mitte... Also ich hab jetzt nicht die, die die Tabelle vor mir, also... mit Alfonso Davies in der Abwehr. Uiuiuiui! Oh, hab ich Glück gehabt. Harry Kane. Jetzt der Eckball. Gut mit dem Kopf, aber knapp drüber. Ja. Komm. Komm. Ja, Niklas, beste. Tim Kleindienst. Beste, ja. Äh. Uiuiuiuiui. Aaaaah! Du, 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 du. Sie müssen den Ball abgeben. Gib mir einen Ball! Pass kommt gut. Uuuuuh! Nein! Er holt den Ball! Ach, die Lucht, Alter. Die Lucht. Mal gespannt, ob der im Sommer noch bleibt. Oder aber sich verpisst. Ah, da war der Druck. Der Ball ist weg. Ich bin echt mal gespannt, ob sie Kimmich verkaufen. Oder Goretzka oder sowas. Schuppe Mutting, denke ich mal, dass sie den verkaufen. Ah, man weiß es nicht. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Das Loch so? Okay. Da müssen Sie mehr draus machen. Was für ein Loch? A-Loch oder... P-Loch. Der O-Loch. Harry Kane. Nein! Nein! Ich hoffe, ihr habt keinen Kopfhörer im Ohr. So. Ja, die Riesenchance. Ja. Ja, da kam extra Harry Kane im Sommer, um Meister zu werden. Wir haben Niklas Beste. Und da werden sie noch nicht mal Meister. Das ist ganz bitter für Harry. Harry Kane. Aber ich denke mal, er wird, äh, ja. Ob er jetzt noch die 41 Tore knackt. Wenn er da den Schlenser nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. Weiß ich nicht. Krieg ich den da hin hin? Doch, tut sich hier ziemlich wenig in diesem Spiel. Äh, da hab ich eigentlich nicht hingezielt, aber... Wurscht. Drücken wir es vorsichtig aus. Sand im Getriebe, was die Offensive angeht. Was für Sand im Getriebe? Was laberst du für ein Mist. Oh, bei einer Eigentor. Ach, die Scheiße. Haben die noch Glück? Oh, je, je. Komm hier, Beste, Alter. Okay, 0-0 zur Halbzeit. Ich bin mal gespannt, ob es das im Real Life auch so ist. Würde ich sagen, wir sehen uns wieder nach der Halbzeit. So, da sind wir wieder. In der zweiten Halbzeit hier. Ich hab Müller ausgewechselt für, äh, Tell. Da unten ist er. Der hat ja erst verlängert bei den Bayern. Also, um den brauchen wir erstmal keine Gedanken machen. Neun. Ach, schade. Gucken wir, ob wir überhaupt ein Tor machen. Ups, Zala. Oh, oh. Neun. Von Manuel Neuer. Aller in Heidenheim gegen mich ein Tor macht. Gibt's ein paar auf die Möpper. Ecke in die Mitte. Ganz kurz, der Ball ist weg. Da muss er hin und holt sich den Ball. Jo, was ein Ball. Oh, super Flughafenball. Ja, Woltzki. Harry Karner. Das war schön gespielt. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. Ja. Boah, was für ein Flughafenball, Alter. Okay. 1 zu 0 für Bayern. Spannend. Ob's dabei bleibt oder ob ich... Ob wir noch hier noch... Nein, doch nicht dahin. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Die Chance auf den Konter. Jetzt kann's Heidenheim auf Aufrufe. Kimmich, du alter Knacker. Ball ist jetzt, das war raus. Gute Parade. Ah, ist auch nicht mehr der schnellste hier, oder was? Ui. Ui. Back here. Ui. Fichte denn da. Der Harry Karner. Upsa. Nee. Was macht ihr denn da? Was? Ach, Goretzka, Alter. Den hat er da machen müssen. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Ups. 8 Minuten. Gleich wird hier ausgewechselt. Ja, wird ausgewechselt. Ich hab's gesehen. 5 Minuten sind hier noch. Und Sie würden bis zum Ende konzentriert bleiben, wenn Sie hier gewinnen wollen. Ganz alleine. Das ist doch nicht möglich. Ah, Mensch. Kann ja nicht sein hier. Ball kommt lang. Oh, der kommt da noch dran. Das ist doch nicht wahr. Die endgültige Entscheidung. Ist der starke, macht tolle Parade. So kurz vor Ende die Hoffnung lebt. Da hören wir den Schluss. Jo, das war's. 1 zu 0 für Bayern hier. Jo, also ich tippe ein 2 zu 0 für Bayern. Was ihr tippt, weiß ich noch nicht. Schreibt's in die Kommentare. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.